Hallo Leute, heute schläft Scotty auf meinen Händen. Scotty ist einfach so zu mir gekommen und hat sich hingelegt, also schläft jetzt und man kann sogar streicheln und dann bleibt so liegen oder streckt sich mal und das ist nicht so häufig, dass die so zu uns kommen, weil die Mutter von DNA ist zum Beispiel gar nicht zahm, aber die Kätzchen sind immer zahm, weil wir haben die ja schon von ihren ersten Sekunden lang in den Händen und deswegen sind sie schon daran gewöhnt und liegen hier auch so mit Bauch nach oben bei uns, aber mit Bella kann man sowas nicht machen. Bis zum nächsten Mal. Jo. Wirst du in den Augen stellen. Oh, no. Untertitelung des ZDF, 2020